Meine Tore schieße ich am liebsten. Aus dem Gewühl. Diesen Spieler würde ich gerne tunneln. Chris Kamps. Im 1 gegen 1 gegen Neuer würde ich kollabieren. Mein Fußballidol ist sie dann. Wenn ich morgen im Lotto gewinne. Geht erstmal alles so weiter wie bisher. Am Herd bin ich also null ist unzureichend negativ. Bei diesem Film habe ich geweint. Legenden der Leidenschaft. Früh aufstehen ist. Scheiße. Nach dem Training. Duschen, Essen, Pennen. Köln ist. Unheimlich dreckig. Aber trotzdem die lebenswerteste Großstadt in Deutschland.